Alle, die mich kennen, die wissen, meine Haare ist egal, wie kurz ich die schneide, lieber kurz oder lang, da stehen die einfach nach oben. Das geht anders irgendwie nicht. Stört mich nicht, das bin ich, so wie ich lebe und leib, oder lebe und leib, komisch. Auf jeden Fall, hier ist auch etwas, wie es lebt und leibt. Das habe ich heute gefunden. Hier steht hinten drauf, mindesthaltbar bis September oder Oktober 2019. Und jetzt guck dir mal diesen Boden an und den Deckel. Das ist symbolisch genauso wie die jetzige Zeit. Ich werde diese jetzt dann rausstellen auf die Terrasse, weil es kann sein, dass die wirklich jeden Moment platzt. Wie die Zeit. Die Menschen, die im Moment so wahnsinnig genervt sind, eine latente Aggression, das kommt mir genauso vor, diese Dose ist wie eine Bombe. Seht ihr das? Und da kommt dann irgendwie Birnensaft raus, zwar ungezuckert, aber das klebt und es wird dann schön eklig und viel zum Putzen nachher. Im übertragenen Sinne, wo hast du so eine Beule, die kurz vor dem Platzen steht. Wo möchtest du aufräumen aus deinem Vorratsschrank? Wo ist genug? Was musst du jetzt essen, damit es nicht verdirbt? Wo musst du sagen, hey, das ist ungenießbar. Es reicht jetzt. Über solche und ähnliche Dinge werden wir uns in diesem Zoom wöchentlich unterhalten, sinnieren, austauschen, schauen. Wie geht es mir? Wie geht es dir? Was kann ich tun, damit das ändert, damit mein Leben so ist, wie ich es will? Ja? Sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. And join us, come on, seid dabei. Hashtag Kimar, Kommunikation ist mehr als reden. Komm in unsere Gruppe, da mischen wir ganz nette Töne. Wohlgemischt. Bleibt auch nicht immer. Besprechen kann ich gar nichts. Hängt von dir, von mir, von allen anderen. Bye, bye, das war die Ruth. Malüste Töne. Vielen Dank.